Ey Leute, ich glaube nach diesem Schnitt cancelt ihr mich. Zeig mal, was du bekommst. Das kommt krass, ey. Er vertraut mir. Du willst den R9 mit der Wasserrutsche? Genau, den will ich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich hab Angst. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jungs, übernimmt den Rest, komm. Wer ist der Nächste? Crazy. Du bist hart, ne? Egal, Crispy rettet, ja. Du darfst spülen. Let's go. Alles so für 16 Euro, ja. Du bekommst 16 Euro, wenn du jetzt... Ich brauch diese zwei Döner. Für 16 Euro? Ja. Sag mal, wie viel steilen wir oben? Für Wasserbutche. Pass die Länge so weit? Ja. Dann sag mal, was brauchen wir noch? Bisschen Crispy. Bisschen Crispy. So sehen die Haare ohne Crispy aus. Sollen wir kurz ranzoomen? Ich? Als Einhorn? Bist du bereits im Raus und Crispy? Ich bin bereit. Let's go. Das ist ein und ich weiß. Ich bin bereit. Das ist ein und ich weiß. Ich bin bereit. Vielen Dank.